Weihnachten bis zum Abwinken und ich habe ein großer, großer Geschenk für everybody, ganz am Anfang. Zwei Stunden ohne Donald Trump. Versprochen! Nein, ich finde es großartig. Also extrem kurzweilig, frech, charmant, die vier Stimmen harmonieren so toll. Also das ist großartig. Also ja, ich bin doch ganz verzaubert. Und jetzt leugnen die Glocken für Weihnachten. Wir sind voll drin. Das haben die geschafft. Und das ist für mich ein absoluter Ruhepunkt, so ein Weihnachtsshow wieder mit ihr zu sehen. Ich finde es bezaubernd. Und ich finde sie überbrückt immer die deutsche und amerikanische Kultur. Also ich liebe es. Die Amerikaner sind baff. Germany. You know, Germany. Effizient, pragmatisch. Germany. The land of Dichter and Denker. Aber on the zweite Weihnachtsfeiertag, ein ganze Nation liegt auf dem Sofa. In einem kollektiven Koma. Und schaut Sissy-Filme. Und Highlight war alles. Weil ich finde, Weihnachten ist Kinderzeit. Und man erinnert sich an seine Weihnachtszeit, an die Lieder. Und einfach Geldsart, das Ganze in Dinglisch zu verkaufen. Besseren Ort als Berlin kann es für so einen Abend nicht geben.